Ich habe die krassesten Dienstleistungen im Darknet gekauft und das sollte keiner nachmachen. Für 80 Euro zum Beispiel wurde eine Kfz- und Personenabfrage angeboten, die normalerweise nur die Polizei oder das Straßenverkehrsamt durchführen kann. Bei einem anderen Dienst wurde mir Bargeld nach Hause geschickt und wir haben das Ganze auf Echtheit überprüft. Martin Frost war zu Besuch und hat folgendes erzählt. Jemand, dem so Leute auf den Service gebucht hat, hat gesagt, brecht in die Beine und da gab es auch ein Video. Dann habe ich noch ein Attest gekauft und den Arzt angerufen. Auf jeden Fall ein erschreckendes Experiment. Das komplette Video ist jetzt auf meinem YouTube-Kanal.